Er ist leider abwesend für den Rest der Runde. Sie müssen auch positive Sachen sagen, er ist schon zu Hause und wir können das nicht mehr ändern. Das ist klar schade für ihn, schade für uns, weil er ein wichtiger Spieler für die Mannschaft ist. Aber das ist so, wir können das nicht mehr ändern und hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder da ist. Ich habe persönlich das gestern Morgen erfahren und wir konnten nicht mit ihm reden, weil er war im Krankenhaus, in der Intensivstation. Wie es passiert ist, er ist zu Hause unglücklich gestürzt. Ja. Okay. Ja. 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 Ja.